herzlich willkommen auf dem literaturklassiker kanal heute habe ich wieder ein ganz besonders spannendes buch für dich rausgesucht wenn dir dieses buch gefällt dann hinterlasse mir einen like und abonniere meinen kanal und schon geht's los friedrich clauser krock und co warum war man nachgiebig gewesen warum hatte man frau und tochter den willen gelassen jetzt stand man da und sollte womöglich die verantwortung auf sich nehmen weil man eigenmächtig gehandelt hatte und die leiche nicht im gärtlein geblieben war hinterm haus dort wo sie aufgefunden worden war der tote lag auf dem weiß gescheuerten tisch im vorkeller des hotels zum hirschen und über das helle holz schlängelte sich ein schmaler streifen blut langsam fielen die tropfen auf den zementboden es klang wie das ticken einer altersmüden wanduhr der tote ein junger mann sehr groß sehr schlank bekleidet mit einem dunkelblauen polohemd aus dessen kurzen ärmeln die arme ragten lang und blond behaart während die beine in hellgrauen flanell hosen steckten und neben seinem kopfe lag das mordinstrument kein messer kein revolver eine ungewöhnliche eine noch nie gesehene waffe die speiche eines velorades an einem ende spitz zugefeilt sie war nicht leicht zu entdecken gewesen denn sie hatte im körper des toten gesteckt und kaum aus der haut herausgeragt erst als studer mit der flachen hand über den rücken der leiche gefahren war hatte er sie fühlen können fast senkrecht war sie in den körper gestoßen worden dicht unter dem linken schulterblatt und nirgends herausgekommen weder an der brust noch am bauch wie viele lebenswichtige organe dieser spieß durchbord hatte würde der arzt erst bei der leichenöffnung feststellen können so wenig ragte das stumpfe ende aus dem rücken heraus dass es eine zange gebraucht hatte um die mordwaffe aus der wunde zu ziehen doch um eine erste frage aufzuwerfen wie war der mörder mit diesem spieß umgegangen es musste doch ein griff vorhanden gewesen sein im augenblick da der stich ausgeführt worden war hatte man ihn abgeschraubt nachher es schien fast so denn eine kaum sichtbare spiralig verlaufende linie war in den stumpfen teil eingeschnitten mechanikerarbeit ohne zweifel wachtmeister studer von der berner fahndungspolizei hätte ums leben gern eine presagio angezündet aber das ging nicht an hier gerade neben dem toten so blieb nichts anderes übrig als hin und her zu laufen im schmalen und kurzen raum den eine birne baumelnd an einem staubigen draht mit einem grausamen hellen licht überschüttete und dazu dem albert vorträge zu halten jedes dieser selbst gespräche begann mit der feststellung lueberto warum zum tüfu heimel auf der weiber fälscher klost albert gohl ein kräftiger breitschültriger bursche 27 jährig korporal an der thurgauer kantonspolizei und in abon stationiert hatte heute studers tochter geheiratet hätte man vor der berner wachtmeister zu fragen fort die hochzeit nicht gerade so gut in bern feiern können nein es hatte müssen durchgestiert werden dass ihn abon stattfand weil deine mutter eine alte frau ist und sich vor dem reisen fürchtet gut das ist ein grund ein stichhaltiger albert gohl schwieg und studer hob seine mächtigen schultern die hände machten die bewegung mit und fielen dann klatschend gegen seine oberschenkel und jetzt fragte er weiter langsam näherte er sich dem tisch bückte sich und sah dem toten ins gesicht ein unangenehmes gesicht die nase lang und gebogen wie ein geierschnabel zwei furchen gruben sich ein von den nasenflügeln bis zu den mundwinkeln die fleischigen lippen waren geschürzt entblößten die zähne und es sah aus als lächle der tote mit all seinen goldblomben und der blick bevor dem toten die augen zugedrückt worden waren studer erinnerte sich an ihn geladen mit ton im tode noch sei es nicht aus als wolle sich der ermordete lustig machen über die überlebenden kaum hatte der wachtmeister diese frage gedacht stellte er sie laut und albert der schwiegersohn nickte nickte aber er tat den mund nicht auf aber das reden verlernt habe wollte studer wissen albert sah auf schüttelte den kopf und dann sagte er bescheiden ohne jeglichen vorwurf werden ihn liegen lassen sollen vater liegen lassen liegen lassen studer ahmte gehässig den tonfall des jungen nach legen lassen damit die bauern vom dorf den boden vertrampeln her damit man gar keine spuren mehr findet her spuren meinte albert leise mit viel versöhnlichem respekt der dem wachtmeister wohltat ich glaube vater dass man auf dem boden nicht viel spuren entdecken kann weil er trochen sei wie das raf verfülle das wolle der junge wohl sagen dann solle er sich merken dass ihm dem wachtmeister studer mir nur ein wachmeister studer betonte er die aufklärung eines ähnlichen falles gelungen war da sei der tote auf einem ebenso trockenen boden gelegen auf einem waldboden doch eigentlich war aller echte ärger aus studers stimme verschwunden der wachtmeister tat nur so und albert merkte dies ganz gut er lächelte ganz recht auf einem waldboden mit tannennadeln drauf wiederholte studer und stieß seine fäuste so tief in die hosentaschen dass in der plötzlichen stille deutlich das geräusch zerreißenden stoffes zu hören war sauerei murmelte der wachtmeister nun werde er sein portemonnaie verlieren und warum seufzte er weiter um der tusix gotts wille warum hatte man den ausflug ausgerechnet nach diesem schwarzen stein machen müssen aber vater sagte albert ihr habt doch selber den hirschen zu schwarzen stein vorgeschlagen studer brummte es stimmte leider er hatte das hotel vorgeschlagen an der mittagstafel in abon war von dem alten brauch die rede gewesen am hochzeitstag hieß es sei es sitte mit kutschen irgendein dörflein im appenzeller land aufzusuchen und da war dem wachtmeister eingefallen dass in schwarzen stein ein schulschatz von ihm würdete alte liebe rostet nicht sagt man und somit waren nicht nur zwei frauen studers gattin und tochter am traurigen ausgang des festes schuld sondern drei denn das ibach annie jetzt hieß es übrigens frau anna rechtsteiner musste man dazu zählen dass vor 40 38 kurz vor vielen jahren mit dem studer köpu in einem dorfe des emmental zur schule gegangen war das arme annie vor zehn jahren hatte es den karl rechtsteiner in st gallen zum mann genommen und das ehepaar hatte dann das hotel in schwarzen stein gekauft denn viele feriengäste kam im sommer hier herauf zuerst war alles gut gegangen aber dann war der mann krank geworden vor drei jahren und zwischendrin hat er ins südtirol fahren müssen zur kur aus zehrung sagte dr salvis berg der den kranken behandelte und wirklich der rechtsteiner sah schlecht aus stude hatte ihm begleitet vom annie am nachmittag einen besuch abgestattet und seither wurde er das bild des mannes nicht los das gesicht vor allem glatt spitz die linke hälfte kleiner als die rechte die hautfarbe wie led ja das annie hatte es nicht leicht es hieß freundlich sein mit den feriengästen den kostbaren damit sie übers jahr nicht ausblieben denn sie brachten geld ins haus und der kranke rechtsteiner brauchte viel für arzt apotheken kuren und nun dieser mord er konnte die feriengäste vertreiben wer wohnt gerne in einem hotel in dem ein mord passiert ist ein solch geheimnis voller noch für die zeitung war solch ein sensationelles verbrechen ein gefundenes fressen und so hatte denn das annie den wachtmeister um beistand gebeten konnte man solch eine bitte abschlagen besonders noch wenn sie von einem schulschatz kam ja das annie schon in der schule hatte das meitschi vielmut und tapferkeit gezeigt und wacker war es geblieben keine klage nur eine schüchterne bitte nicht einmal das eine behauptung er der jakob werde schon alles richtig machen widerstand studer neben dem tisch und betrachtete den toten kopfschüttelnd nahm er die sonderbare waffe in die hand trat unter die lampe und untersuchte sie dort eingehend und plötzlich machte er seine erste entdeckung berthu rief er leise als der schwiegersohn neben ihm stand hielt studer zwischen daumen und zeigefinger ein steifes graues haar nur kein ich meinte albert was er mit seinem sagen wolle erkundigte sich studer gereizt ob die thurgauer alle es von nels muhl hätten was sei das für ein haar kein menschen haar sagte der albert vorsichtig der wachtmeister schnaufte verächtlich dass es kein menschen haar sei könne ein zweijähriges bübli sehen aber von was für einen tier denn geist lamm küngel pferd kuh das haar dass der wachtmeister noch immer zwischen daumen und zeigefinger drehte war dünn steif und glänzend lang wie studers zeigefinger albert meinte schüchtern es sähe aus wie ein hundehaar worauf er zur antwort erhielt ein polizist habe nicht zu raten sondern er müsse seine behauptungen auch beweisen können wir auf den gedanken gekommen sei es könne ein hundehaar sein weil bei der ankunft der gesellschaft ein langhaariger hund um die beine der pferde gesprungen sei dessen feld exakt diese farbe gehabt habe ja auch die länge des haares stimme studer nickte klopfte seinem schwiegersohn auf die schulter und meinte vielleicht werde doch noch etwas rechtes aus ihm dann ging er zur türe der kellerkammer riss sie auf und der zurückbleibende hörte schritte die eine treppe hinan stiegen nach fünf minuten etwa war der wachtmeister zurück er schob vor sich her ein kleines männchen mit einer roten knollennase deren gewicht den kopf des mannes nach vorne zog hocket ab sagte studer und stellte einen stuhl in die mitte des raumes so zwar dass der sitzende den toten nicht sehen konnte und wachtmeister stude von der berner kantonspolizei begann wieder einmal jenes spiel von dem er in schwachen stunden behauptete es verderbe den charakter doch war es ihm dermaßen in fleisch und blut übergegangen dass er die pensionierung vielleicht nur deshalb abgelehnt hatte weil er es nicht missen konnte erstens gab es macht über seine mitmenschen und zweitens kannte er dessen regeln besser als mancher untersuchungsrichter das spiel begann mit den üblichen fragen name johannes alter 59 beruf stallknecht also er habe die leiche gefunden ja wo im garten hinterm haus um welche zeit das männlein schwieg es rieb mit einem schwarzen zeigefinger an seiner dicken nase stellte dann diese beschäftigung ein um eine riesige silberne zwiebel mit viel mühe der grüne schurz war ihm dabei im weg aus dem gelett täschli zu ziehen die uhr wurde lange angestarrt und dann mit leiser stimme geantwortet viertel vor zehn hierauf verschwand die zwiebel sicher fragte studer wills gott antwortete das mandy warum es dann bis viertel ab zehn gedauert habe bis die wirtin benachrichtigt worden sei er habe erklärte küng zuerst den pferden noch habe geben müssen denn die gäste hätten doch um halb elf abfahren wollen und da sei der tote einfach im gärtli liegen geblieben nicken langes schweigsames nicken gut und habt ihr den toten erkannt wieder das schweigende nicken das den wachtmeister langsam ungeduldig machte so red doch küng sagte er ärgerlich wer war's stieger hat er geheißen er ist jemand besuchen kommen über den sonntag der stieger hat in st gallen gearbeitet und die andere auch ich glaube küng kratzte an seiner nase ich glaube sie arbeiten beide auf dem gleichen büro die andere fragte studer wie heißt sie loppacher martha loppacher sie hat ferien erholungsferien hat sie gemacht weil sie krank war vier wochen ist sie schon hier schweigen studer hatte sein notizbuch gezogen und schrieb die namen ein mit seiner winzigen schrift stieger schrieb er malte ein kreuz hinter den namen und loppacher martha dann wurde ihm plötzlich bewusst dass alles bis jetzt wirklich nur ein spiel gewesen war denn was er da gefragt hatte wusste er schon aber es war so viel anderes dazu gekommen aufregung das schreien der frauen der transport der leiche so fühlte der wachtmeister das bedürfnis ordnung in seine verwirrten gedanken zu bringen vier wochen fragte er gedankenvoll und was hat sie in der zeit getrieben spaziergang gemacht gläse und auf der west schlurfe und karisiert studer blickte zu seinem schwiegersohn hinüber aber dem schien nichts aufgefallen zu sein so musste sich denn der wachtmeister ganz allein an der ausdrucksweise des kün johannes ergötzen karisiert wiederholte er wie meint ihr das er denn nachher gemacht mit dem manns bilder mit wem mit allen oder nur mit einem besonders mit dem großen ernst ich kann super feger de grove ernst wie heiße der mann graf ernst und was treibe er er sei velohändler was sei er velohändler ja und habe der graf ernst etwa einen hund sieb globi was für ein hund die herren hätten ihn sicher gesehen bei der ankunft sei er um die beine der rosse gesprungen studer sah den hund deutlich vor sich eine art spitz kein reinrassiges tier mit einem grauen fell dicht standen die starren haare velohändler die waffe war die speicher eines fahrrads und dieser velohändler hatte auch noch einen hund halt ein hundehaar und eine speiche waren noch keine beweise nein es gehörte noch mehr dazu vor allem musste man diesen graf ernst kennenlernen was hatte der kün behauptet der mann sei ein ein richtig im super feger darunter stellte sich wachtmeister studer einen dorfgückel vor einen hübschen nicht sehr gescheiten burschen der es verstand den frauenzimmern schön zu tun umso erstaunter war er also auf seine frage nach dem alter des graf ernst die antwort erhielt der mann sei über 50 über 50 wiederholte studer erstaunt ob das nicht ein wenig alt sei für entsubere feger da platzte das mann lieb der roten kartoffelnase los es lachte und lachte dies lachen aber machte den wachtmeister wild denn studer verstand dass man ihn verspotten wollte es war die strafe dafür dass er sich als berner fahnder in einem fremden kanton mit einem mordfall beschäftigte aber weiß gott er hatte es ja nur getan und dem anni bach dem schulschatz aus vergangenen zeiten zu helfen dieser kün johannes war das erste spürbare hindernis wäre es nicht gescheiter den schwiegersohn vorzuschicken der stammte aus der nähe und kannte die gebräuche besser auch die sprache nein gerade dem schwiegersohn musste man zeigen dass man noch nicht zum alten eisen gehörte dass die gang gang wie sie in der ostschweiz die berner nannten keine dubel waren die hitze im vorkeller war schier unerträglich fliegen sumpen um die lampe setzten sich auf das gesicht des toten liefen über seine nackten arme dem wachtmeister war das spiel plötzlich verleidet studer hätte keinen grund für seine plötzliche müdigkeit angeben können er hatte den verleider basta morgen kam der verhörrichter mit seinem aktuar und dem chef der appenzeller kantonspolizei mochten die herren sich dann weiter um den fall kümmern das einzig langweilige an der sache war dass niemand das hotel verlassen durfte und die hochzeitsgesellschaft deshalb hier übernachten musste ein teurer ausflug würde das werden drei kutscher sechs pferde und die hochzeitsgesellschaft die mutter des albert zwei onkel drei tanten aus bern waren nur die eltern der jungen frau mitgekommen studer nahm sich vor mit der mutter seines schwiegersohnes die kosten des ausfluges zu teilen er warf noch einen blick auf den toten und jagte den albert und den küng zur tür hinaus dann verlangte er von der wirtin ein leintuch um die leiche zuzudecken lange sehr lange starrte er in das gesicht des toten gemein flüsterte er gemeinheit das ist das richtige wort und bedeckte das antlitz endlich dann löschte er endgültig das licht versperrte die tür und begab sich in den ersten stock seine frau lag schon im bett darum trat er auf den balkon hinaus zündete eine brisaggio an und blickte über das stille land die straße war ein langes weißes band das sich rechts und links in der dunkelheit verlor ein bach plätscherte die juni nacht roch nach gemähten wiesen blumen und verzettelten mist noch ein anderer geruch drängte sich auf den studer zuerst nicht kannte aber dann wusste er plötzlich was es war es auch deutlich nach rostigem altem eisen dass die sonne erhitzt hat und nun die tagsüber aufgespeicherte wärme ausatmet der wachtmeister beugte sich vor unser rechts von der wirtschaft am straßenrand einen baufälligen schuppen und nun ein wolkenvorhang zerriss plötzlich der mond nicht größer als ein zitronenschnitz streute sein licht über die landschaft war rund um den schuppen ein gewirr zu sehen alte räder viel draht rostige fassreifen auf der schuppenwand aber schimmerte ein weißes schild auf dem mit dunklen buchstaben stand ernst graf velohändler so so der grofen ernst wohnte gerade neben dem hotel zum hirschen im schlafzimmer meinte eine verschlafene stimme der vater solle doch ins bett kommen morgen sei auch noch ein tag da war fachmeister studer von der berner kantonspolizei seufzend die nur halb gerauchte presagio fort so dass sie auf der straße unten wie ein missratendes feuerwerk ein paar funken von sich gab hoffentlich meinte das hedi noch bringe diese mordgeschichte den kindern kein unglück habe es sagte studer der im geheimen ein wenig abergläubisch war dann legte er den kopf auf die gefalteten hände und starte in die dunkelheit der mond wanderte nun china ins zimmer und der wachtmeister fand er gleiche jemanden er grübelte grübelte und plötzlich wusste er es der rechtsteine der kranke wird des hotels zum hirschen hat ein unregelmäßiges gesicht wie der mond der am abnehmen war studer erwachte um halb vier draußen war es schon hell er stand leise auf um seine frau nicht zu wecken nahm dann seine schwarzen schnürschuhe in die hand schlich hinaus und über den gang die treppen hinab an der tür des vorkellers bliebe eine weile stehen lauschte im ganzen hause herrschte die gleiche stille wie hinter der tür sagte schloss studer auf trat in den vorkeller und blieb vor dem tisch stehen er wusste selber nicht was er hier wollte aber plötzlich kam ihn in den sinn dass er am abend vorher die kleider der leiche nicht untersucht hatte er schlug das weiße leintuch zurück das taschen durchsuchen würde nicht schwierig sein es kam mir nur die hose in frage an portemonnaie 420 er noten 35 lieber münz ein nastuch ein sackmesser an einer kette in der hinteren tasche ein dickes portfeil briefe 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 herrn jean stieger sekretär bahnhofstraße 25 st gallen der herr stieger konnte sich nicht johann oder hans nennen wie ein gewöhnlicher sankt galler sondern schon er hatte sich wohl eingebildet es sei vornehmer auf allen briefumschlägen die gleiche schrift 20 umschläge aber alle leer verständnislos schüttelte studer den kopf was hatte das für einen sinn leere envelopen mit sich herum zu schleppen der wachtmeister sah sich die marken näher an sie trugen den poststempel von schwarzen steinen und als er die umschläge auf einer freien ecke des tisches geordnet hatte konnte er feststellen dass der erste am 12 mai aufgegeben worden war und der letzte am 20 juni in 39 tagen 20 briefe das machte im mittel alle zwei tage einen brief auch der absender war nicht schwer festzustellen fräulein marthe loppacher hotel zum hirschen schwarzen stein und studer schüttelte den kopf das musste eine eingebildete ganz sein diese loppache sich auf dem absender fräulein zu nennen wo aber waren die briefe hingekommen die sicher gestern noch in den enveloppen gesteckt hatten studer starrte vor sich hin er sah wieder deutlich die szene im gärtlein hinterm haus zwei taschenlampen gaben ein spärliches licht der stallknecht küng hielt eine der lampen und albert der schwiegersohn die andere der tote lag auf dem bauche und studer bedeckte seine augen mit daumen und zeigefinger er wollte das bild sehen das bild des toten nun sei es sicher ganz sicher war die hintere hosentasche die man gewöhnlich die revolver tasche nennt zugeknöpft gewesen eine klappe bedeckte ihren oberen teil die klappe hatte ein knopfloch und ein dunkel schimmernder knopf hielt diese klappe fest das war gestern gewesen ein viertel nach zehn dann hatte studer seinen schwiegersohn gerufen und zusammen mit dem albert die leiche in den vorkeller getragen und heute morgen war die tasche aufgeknöpft und die 20 briefumschläge leer dass der schlüssel des vorkellers die ganze nacht in studers tasche geblieben war hatte nichts zu bedeuten es waren wohl noch mehr schlüssel zu dieser tür vorhanden blieb also nur die frage offen welchen sinn es haben könnte die briefe zu entwenden und die leeren umschläge zurückzulassen wäre es nicht einfacher gewesen gleich beides an sich zu nehmen brief und umschlag der wachtmeister steckte das portfeil zurück und ist die leeren enveloppen in der busentasche seines schwarzen kittels verschwinden er dachte daran dass er seinen fotografenapparat mitgebracht hatte das war eine arbeit für die heutige nacht und auf diese arbeit freute er sich aber er brauchte noch verschiedenes zwei schachteln platten ein kopierer entwickler fixiere verstärker gewissenhaft verschloss studer die türe des vorkellers strich auf socken lautlos durch die unteren gänge des hotels bis er endlich eine offene hintertüre fand er hockte ab zog sich die schuhe an und trat hinaus in den morgen der frisch war und angefüllt mit dem überlauten gesang der vögel nach sechs schritten schon wann seine schuhe nass es lag viel tau auf den kurzen gräsern unter dem schild ernst graf velohändler befand sich eine tür die flügel mit roter farbe gestrichen es war ein unangenehmes rot das an geronnenes blut erinnerte ein senkrechter festgeschraubter griff und darüber ein bewegliches eisen plättli studer drückte es mit dem daumen herab während seine hand den griff gepackt hielt die tür war nicht verriegelt und ging auf das innere des hofes ein getreues abbild der äußeren umgebung des hauses altes eisen lag umher irgendwo grunzte ein schwein ziegen meckerten ein schaf bäte aber dies friedliche konzert wurde übertönt von einem lauten bellen das wütend anschwoll leiser wurde weil das tier entweder heiser geworden war oder ein halsband es wirkte der tür gegenüber stand eine hütte an die doch niedere als sie ein stall angebaut worden war aus diesem drang der morgen chor der tiere und das heisere bellen studer schritt auf das haus zu klopfte kurz an stieß die türe auf auch sie war unverschlossen aber er trat nicht gleich ein denn die luft die ihm entgegen schlug war zum schneiden dick tabak rauch schweiß tiergeruch graf sita uf schweigen studer lauschte und wurde ganz leicht von einer angst angerührt das stimme etwas nicht auch hier aber dann beruhigte ihn wieder ein tiefes regelmäßiges schnarchen der velohändler musste einen tiefen schlaf haben und wenn das sprichwort von guten gewissen dass ein sanftes ruhe kissen ist nicht log dann hat er ernst graf sicher nichts mit dem mord zu tun ein kleiner morgenwind streichelte stu das rücken schlichen die kammer tanzte dort umher wirbelte wieder ins freie und der wachtmeister war dem winde dankbar dass er die verpestete luft vertrieb ein schmieriger tisch inmitten der stube darüber an einem schwarzen draht eine glühbirne ohne schirm der schaft in der ecke dort stand schief ein kalender an der wand der einzige wandschmuck mit einem helden inmitten der monatsreihen spinnweben in den ecken um die lampe am draht ein rostiger herd und darauf ein spritapparat aber wo lag der man studer schob die türe zu und hinter ihr entdeckte er ein schmieriges deckenbündel aus dem das schnarchen drang er trat näher beugte sich nieder der mann hatte sich bis über den kopf zugedeckt nun rüttelte in der wachtmeister das schnarchen hörte auf studer rüttelte stärker und plötzlich flogen die decken beiseite aber nicht den mann sah der wachtmeister zuerst sondern ein winziges säuli rosa farben und sauber blickte zu ihm auf blinzelte ins licht und schrie dann hoch und durchdringend nun erst erblickte studer den mann er war fast schwarz im gesicht und an dieser farbe waren sowohl die bartstoppeln als auch der schmutz schuld der mann hatte sich nicht ausgezogen er trug ein blaues mechanikergewand den kittel über der brust geöffnet so dass darunter ein hemd sichtbar wurde das sicher einmal aber vor langen zeiten blau gewesen war machte der mann ballte die fäuste und rieb sich die augen fragte er noch einmal sah sich in der küche um und rief laut und grechzend edeli da trabte das fairlie herbei folgsam wie ein hund der auf seinen namen hört und legte sich friedlich seufzend auf die decken und der mann streichelte das tier graf tat als sei er überhaupt allein im raum er stand auf und kratzte sich ausgiebig des mannes haare waren schwarz mit einem stich ins bläuliche und wuchsen so weit in die stirn dass sie fast die braun erreichten die stoppeln bedeckten die wangen schier bis zur nase und aus dem kind stachen sie auch bloßfüßig tappte der velohändler durchs zimmer und schien etwas zu suchen öffnete den schaft kramte darin herum übrigens war das innere wohl geordnet und saubere wäsche lag sorgfältig übereinander geschichtet auf den gestellen endlich hatte er gefunden was er suchte er hielt in der rechten einen winzigen runden taschenspiegel und betrachtete sich eingehend darin und grimassen schnitt er dazu dann trabte er zur tür hinaus der chor der tiere schwoll an und studer sah ein merkwürdiges schauspiel ein schaf kam heran und rieb seine schnauze an den hosenbeinen des mannes salü müsli sagte graf und er erkundigte sich ob es gut geschlafen habe dann zwei ziegen schneeweiße ohne hörner mit weißen drodeln zu beiden seiten des kopfes jemutschli sagte der mann und fragte ob sie hunger hätten die beiden ziegen nickten weise trabten davon gefolgt von dem schaf fanden eine öffnung im hak und begann das gras das zwischen dem alten eisen hervorschoss eifrig abzurupfen uns berli sagte der mann während er den tanzenden hund losband um sich aber mit dem hunde zu verständigen gebrauchte graf eine so sonderbare sprache dass der wachtmeister kein wort verstehen konnte studer stand inmitten des kleinen hofes und kam sich recht lächerlich vor in seiner schwarzen festkleidung sie passte weder zur sonne deren strahlen schön gehörig wärmten noch zum alten eisen sie passte nicht zu der erscheinung des grofen ernst und auch nicht zu den tieren diese schwarze feiertagskleidung umgab ihn wie ein panzer und schloss ihn ab von der außenwelt von den bäumen den gräsern den tieren und von dem blutfüßigen mann dieser pumpte wasser in ein becken und spielte dann sehund er steckte den kopf in die schüssel zog ihn heraus schnäuzte schüttelte sich dann zog er die mechaniker kutte und das hemd aus bückte sich ganz tief und pumpte sich wasser über den rücken kläffend umsprang in der hund dem plötzlich das volle becken über den kopf geschüttet wurde so dass er es seinem herrn gleicht hat mit schütteln pusten und niesen vor der haustür aber lag das ferli hatte alle viere von sich gestreckt und blinzelte in die sonne edeli rief der mann und als das säuli sich nicht rührte ging es holen und wusch es unter der pumpe mit einer alten waschbürste gerade als studer den graf anrufen wollte denn langsam wurde er ungeduldig weil er es nicht gewohnt war als luft behandelt zu werden erkundigte sich der mann ob der wachtmeister eine tasse kaffee wolle studer gab es einen ruck wo erkannte ihn der velohändler wieso kam graf dazu in bei seinem titel anzureden er habe erklärte der mann eigentlich die ganze nacht auf den wachtmeister gewartet aber es ist zwei geschlagen habe sei ihm das warten zu dumm geworden und er sei schlafen gegangen und jetzt habe man ja noch zeit komm mit sagte der mann und duzte studer ganz ungeniert nun war das duzen dem fahren der wachtmeister ziemlich gleichgültig im bernbiet war es eine alte sitte auf dem lande aber in der hütte kaffee trinken auf dem schmutzigen tisch womöglich aus ungewaschenen tassen studer hatte lust sich zu bedanken um sein sonntagsquand zu schonen und nebenbei auch seinen magen gerade wollte er ablehnen als die falle am hoftor mit lauten geklick in die höhe schnellte die tür aufging und auf der schwelle stand fräulein martha loppacher und das fräulein dachte sich der wachtmeister wirklich in anführungszeichen sie hatte sich am gestrigen abend reichlich überspannt benommen die hände gerungen geschluchzt und geschrien dass es allen zu viel geworden war und sich frau studer entschlossen hatte das fräulein mit gewalt ins haus zu führen nun stand sie auf der schwelle des hoftores in einem ärmellosen rock der ziemlich kurz war die fingernägel rot bemalt die augenbrauen ausrasiert und mit dem stift nachgezogen die lippen genauso rot wie die fingernägel der kleine morgenwind der so freundlich das stinkige zimmer gelüftet und diese nützliche beschäftigung bis jetzt weiter betrieben hatte ergriff die flucht er fürchtete sich offenbar vor der dicken puderschicht die fräulein lopperers wangen bedeckte tränen traurigkeit keine spur lächelnd trat martha näher und sie sprach ein schriftdeutsch das sie für vornehm hielt auch schon auf guten morgen herr studer wie geht es ihrer lieben frau sie hat sich so mütterlich meiner angenommen dass ich ihr ewig ewig dankbarkeit schuldig bin guten morgen herr graf sie reichte dem schwarzen mann denn die waschung hatte nur wenig genützt das gesicht war und blieb schwarz gnädig die hand der velohändler nahm die dargebotenen vier finger in seine pratze und drückte drückte bis das fräulein einen hohen geuss ausstieß du ist so mag sagt das fräulein wortsch losla studer nickte er war im bild und er sperrte sich nicht länger als der velohändler seine einladung wiederholte er schritt voran führte seine gäste aber nicht in sein schlafzimmer sondern öffnete eine türe rechts von diesen und der raum dahinter sah wesentlich anders aus eine werkstatt sehr sauber unter einem fenster ein tisch mit schraubstücken neben dem fenster waren lederstreifen an die holzwand genagelt in denen die werkzeuge steckten englische schlüssel schraubenzieher feilen velorahmen umwickelt mit braunem packpapier hingen von der decke und eine kleine feldschmiede stand in einem winkel graf scharrte die asche von den kohlen trat den blasbalk er warf holzkohlen auf die geringe glut ging ein pfännlein mit wasser am brunnen füllen und stellte es aufs feuer wieder trat er den blasbalk und als das wasser zu summen begann holte er einen sack kaffee aus einem weiß gehobelten wandschrank dann lag ein tischtuch auf dem unteren ende des werkzeugtisches und darauf standen drei tassen eine kaffeekanne brot butter honig ernst graf hatte ein sauberes hemd angezogen eines war klar die beiden der velohändler und das büro fräulein waren ineinander verliebt um dies festzustellen brauchte es nicht viel beobachtungsgabe die blicke der ton der worte dass du dass ich nicht unterdrücken ließ sondern immer wieder durchbrach studer schmunzelte und zugleich weiß ihm ein wenig eng um die brust denn er hatte der himmel mochte wissen warum zu dem supere feger eine ehrliche zuneigung gefasst war die liebe die der mann den tieren entgegen brachte an dieser zuneigung schuld oder seine raubauzicke und zugleich doch freundlich kameradschaftlicher art der wachtmeister schüttelte unmerklich den kopf während er sagte über das feld des hundes bärli fuhr und nachher die haare betrachtete die in seiner hand zurückgeblieben waren kein zweifel das haar das an dem mordinstrument geklebt hatte stammte von diesem hund armer hund sein meister würde diesen abend wohl im gefängnis zu drogen schlafen lasst nur erst den verhörrichter und den chef der kantonspolizei kommen die herren würden ohne weiteres den mann beschuldigen velohändler und die mordwaffe war eine ratspeiche vorn spitz zugefeilt zweitens das hundehaar und drittens die herren brauchten sich nur ein wenig den dorf klatsch anzuhören dann hatten sie ihr motiv den beweggrund zur tat fein säuberlich auf der flachen hand eifersucht und studer fühlte dass er machtlos war hier in diesem fremden kanton angenommen er versuchte den verhörrichter von der unschuld des ernstgraf zu überzeugen was würde die folge sein er glaubte schon jetzt das lachen zu hören dass die herren schütteln würde was ein einfacher fahnder ein fremder schroter und auch dazu aus dem bären biet wollte klüger sein als ein studierter herr hahaha er solle heimfahren würde es heißen und sich nicht in angelegenheiten mischen die ihn nichts anging denn wer wusste im kanton appenzell das wachtmeister studer früher wohlgestalter kommissär an der stadtpolizei bern gewesen war dass er bei groß in graz bei reis in lausanne und bei lokal in lyon gearbeitet hatte dass man gewöhnlich ihn an die polizeikongresse delegierte all das nützte hier nichts es handelte sich darum den fall anders anzupacken erstens man musste sich im hintergrund halten zweitens es war notwendig alle mitspieler kennenzulernen sich einzuschleichen nach und nach in ihr vertrauen mit ihnen zu leben eine zeit lang um dann die kleinen beobachtungen die alltäglichen zusammenzusetzen wie man ein steinbett legt als fundament einer straße stein an stein geduldig endlich ist der weg fertig und er führt zum schuldigen das alles aber würde zeit kosten viel zeit mir dachte studer er hatte eine woche ferien genommen um seine tochter zu verheiraten und war gewillt diese woche auszunutzen die luft hier war gesund gesünder sicherlich als in der thunstraße zu bern wo der wachtmeister in einer dreizimmerwohnung hauste fragte sich nur ob er allein in schwarzenstein bleiben oder seine frau und das junge ehepaar auch gleich hier behalten sollte nein dachte er die familie war einem doch nur im weg aber den albert brauchte er es würde tränen geben frauen waren in solchen dingen und vernünftig und unbelehrbar aber studer hat in den 25 jahren seiner ehe gelernt wie man seinen willen auch gegen tränen und klagen durchsetzen kann man rundet den rücken zieht den kopf zwischen die schultern und vergräbt die hände tief in den taschen der hose oder des kittels und wartet bis der regen aufhört nein den albert wollte er hier behalten studer spürte es in allen gliedern es war ein gefühl wie vor einem gewitter wenn die luft schwül ist und noch ganz wenig wolken über dem horizonte sichtbar sind er spürte es der mord an diesem genre stieger war nur ein anfang doch wozu sich über die zukunft den kopf zerbrechen ob er wisse fragte der wachtmeister den graf dass als mordwaffe die spitz zugefeilte speicher eines velorades benutzt worden sei der andere nickte er sei ja bei der entdeckung der leiche dabei gewesen so wills gott sicher sicher wo er denn gestanden sei ganz im hintergrund denn er habe nicht gewollt dass die wirtin ihn sehe die wirtin ja das rechtsteiner annie es werde böse wenn er sich in der umgebung der wirtschaft zeige warum die beiden mann und frau behaupteten immer dass er mit seinem alten eisen und mit seiner unordnung die gäste vertreibe und sei das war nein nein ganz im gegenteil die kur gäste kämen gern zu ihm in die werkstatt plaudern warum haben sie dem verstorbenen alle zwei tage briefe geschrieben fräulein loppacher fragte studer plötzlich er sah dabei den velohändler an und nicht die martha graf verzog das gesicht als ob er zahnweh habe er öffnete den mund und schien etwas fragen zu wollen seine fäuste lagen geballt auf der tischplatte reglos aber seine unterarme durchlief ein leises zittern jeden zweiten tag flötete fräulein loppacher sie übertreiben herr studer gewiss ich habe ihm öfters geschrieben aber meist nur geschäftliche dinge wir arbeiten auf dem gleichen büro und daher stieger während meiner abwesenheit einen teil meiner arbeit übernommen hatte so musste ich ihm auskunft geben über manches über manches wiederholte sie und trommelte mit ihren bemalten nägeln auf dem tisch das büro fragte studer ist doch in st gallen ja und womit beschäftigt es sich es ist die antwort kam stockend es ist ein juristisches büro beratung in geschäftlichen angelegenheiten in schwierigen zivilrechtlichen fällen abfassung von testamenten und schenkungs urkunden daneben haben wir es auch unternommen in besonders verwickelten fällen nachforschungen anzustellen verschollene wieder aufzufinden schließlich ist noch eine abteilung angegliedert die sich mit auskünften befasst auskünften ja eine art privatdetektivbüro verstehen sie und wer ist der inhaber dieses büros joachim krock aber herr stiegler war daran beteiligt er hatte geld im geschäft und war darum leiter des detektivbüros wir zwei haben dort zusammengearbeitet und waren verlobt aber nein was denken sie niemals der velohändler seufzte tief und erlöst es klang als ob der blasberg der feldschmiede sich leere und gestern hat ihn herr stieger einen geschäftlichen besuch gemacht ja jawohl ganz ehrlich klang die antwort nicht aber man musste sich vorläufig mit ihr begnügen denn gleich danach kam eine frage woher wussten sie herr studer dass ich so eifrig mit herrn stieger korrespondierte weil ich ihre briefe bei ihm gefunden habe meine briefe das ist nicht möglich die liegen sicher in st gallen und das hier fragte studer zog das paket umschläge aus der busentasche und zeigte sie dem fräulein eigentlich dachte der wachtmeister bei sich sollte es den frauen polizeilich verboten werden sich anzumalen und zu pudern unter der schicht die ihre wangen bedeckt können sie leicht nur allzu leicht an der röten sowohl als auch ein ablassen verbergen wirklich es war nicht festzustellen welchen eindruck die briefe auf das fräulein machten denn zu allem senkte sie noch halb die oberlider und den rest der augen verdeckten die wimpern die lang waren und natürlich geschwärzt darf ich sehen fragte fräulein loppacher und streckte die hand aus die hand zitterte kaum merklich es tut mir leid sagte studer aber ich muss die briefe der untersuchungsbehörde übergeben rief er plötzlich aber es war schon zu spät der velohändler hatte des wachtmeisters hand am gelenk gepackt eine kurze drehung dann hielt er das päckli triumphierend in der linken und reichte es seiner freundin martha loppacher blätterte die umschläge durch zuckte mit den achseln die sind ja leer und gab sich studer zurück der wachtmeister war nicht einmal wütend du ernstli dachte er wirst zur strafe ein wenig im käfi hocken müssen und er steckte wortlos das päckli wieder in die tasche es war nicht mehr viel zu holen beim velohändler graf schließlich dachte der wachtmeister war er nicht gekommen um das beisammensein zweier verliebter zu stören der graf hielt das verli auf den knien exakt wie ein säugling und ließ es aus einer flasche saugen um sich einen unauffälligen abgang zu sichern stellte wachtmeister studer eine frage habt ihr das säule gekauft die antwort erstaunte ihn der velohändler erklärte alle tiere die in seinem stall ständen seien ihm geschenkt worden als jungtiere habe er sie von den bauern der umgebung erhalten halb krepiert aber bei ihm seien sie wieder gesund geworden er habe sie zu sich ins bett genommen er ist ein heiliger antonius sagt das bemalte fräulein studer blickte sie böse an und verlangte dann sie solle die heiligen nicht verwechseln so viel er wisse sei es der heilige franziskus gewesen der die tiere lieb gehabt habe schweigen das verli seufzte tief wie ein gesättigtes kindlein grofen ernst ließ es springen aber es blieb neben ihm stehen aufrecht und legte seine vorderpfoten auf die schenkel des mannes weder lürge sagte der wachtmeister der hund begleitete ihn bis zum hoftor still fast traurig so als fühle er dass seinem herrn gefahr drohe studer streichelte den spitzen kopf sagte ja ja berli aber nur müde widelte der hund mit seinem buschigen schweif als der wachtmeister über die kleine wiese ging die das hotel von dem hause des velohändlers trennte fielen ihm zwei dinge auf auf der straße stand ein niedriges rot gestrichenes rennauto und aus den offenen fenstern des speisesaales tönte klavierspiel er zog seine uhr es war sechs uhr morgens die saaltochter wischte die steinstiegen die zum eingangstor des hotels führten mit einem feuchten feglumpen studer fragte ob seine frau schon aufgestanden sei kopf schütteln schweigsames kopf schütteln und die anderen von der hochzeitsgesellschaft wieder das kopf schütteln aber ein gast sei schon gekommen nicken genau wie sein schwiegersohn genau wie der stallknecht kün hat er die saaltochter auch einen vernähten mund ungeduldig fragte der wachtmeister werden der frühe gast sei ein sankt galler ein freund vom verstorbenen sagte die saaltochter und klatschte dem wachtmeister den nassen feglumpen gegen die hosenbeine der neue schwarze anzug ob sie nicht aufpassen könne schweigen studer musste lächeln er fragte und bediente sich der italienischen sprache warum das fräulein per keller signorina auf ihn böse sei und es ging wie es immer geht wenn man es versteht die menschen zu nehmen die saaltochter eine schwarzhaarige robuste person reckte sich wurde rot studer erfuhr dass die signorina heiße und tiapofato otti nenne man sie hier und es tue ihr leid so leid dass sie den satz beendete sie nicht sondern sprang fort kam mit einem sauberen lumpen und einem becken wasser zurück und begann die hosen des wachtmeisters abzureiben während dieser beschäftigung lief das gespräch weiter ja die wirtin sie sei eine tapfere frau una donna valorosa trotzdem unglück dass sie betroffen habe immer auf dem posten von morgens früh bis spät in die nacht jetzt zum beispiel sei sie schon im speisesaal und leiste dem frühen gast gesellschaft dem klavierspieler ja allerdings und werden der klavierspieler sei otti die saaltochter bedauerte unendlich doch sie wisse es nicht der herr sei noch nie hier gewesen die hosen waren wieder sauber grazie sagte studer im speisesaal schwieg das klavier aber nur kurz dann dröhnte in den frühlingsmorgen hinaus ein trauermarsch der frühe gast spielte wohl für den toten der unten im vorkeller auf das erscheinen der behörden wartete sie war schier mit den händen zu greifen die spannung die im leeren speisesaal herrschte das ebach annie studer konnte sich nicht entschließen seinen ehemaligen schulschatz rechtsteiner zu nennen statt neben dem klavierspieler und redete auf ihn ein ja fast sah es so aus als spiele der mann nur dann klavier um ein belauschen des gespräches unmöglich zu machen die beiden stritten sich kein zweifel sie stritten sich mit leiser stimme und die wirtin des hotels zum hirschen hatte die hände geballt sie fuchtelte mit den fäusten in der luft studer versuchte sich leise zu nähern vergebliche mühe der ganze speisesaal musste durchquert werden und nicht nur die latten des parkettfußbodens knarrten sondern auch des wachtmeisters stiefel und gleich beim ersten knarren vor das annie herum stupfte den spieler mit der faust der trauermarsch sprach ab der sitz des hockerli drehte sich und der mann stand langsam auf aus seinem hellen graublauen kittel meter ein langes zart cremefarbenes poschettli und am kleinen finger der rechten blitzte ein erbsgroßer diamant eine fliehende stirn mit spärlichen schwarzen haaren ein glattes gesicht mit wulstlippen über einem doppelkinn und zart gelb wie das poschettli waren hemd und krawatte krock studer sehr erfreut gleichfalls es klang wie eine kriegserklärung und vielleicht war es auch eine herr krock hatte dicke lieder und benutzte sie um seine augen darunter zu verstecken sie sind der polizist der die ersten feststellungen gemacht hat studer beantwortete die frage gar nicht sondern verlangte sein frühstück annie sagte er die hebt gerne schrache lika fe dass annie nickte majestätisch rief es die saaltochter erschien unter der tür und die wirtin gab die bestellung weiter also wollte sie den wachtmeister nicht mit dem fremden allein lassen gut mira der wachtmeister nahm die herausforderung an sind sie extra so früh von st gallen fortgefahren um mir bei der aufklärung des mordes zu helfen herr krock fragte er setzte sich unaufgefordert an einen tisch in der nähe des klaviers man hat mir gestern telefoniert dass hier ein unglück geschehen ist herr joachim krock setzte sich dem wachtmeister gegenüber er sprach ein ganz reines schriftdeutsch annie lehnte sich ans klavier man fragte studer mein büro fräulein wenn es sie interessiert um mitternacht sie haben tüchtige angestellte ja schweigen eine wespe setzte sich auf den rand der konfitüren schale herr krock vertrieb sie aufgeregt mit seiner serviette dann räusperte er sich und meinte glauben sie nicht dass sie eine zu schwere verantwortung auf sich genommen haben sie sind in einem fremden kanton die hiesige behörde wird ihre selbstständigkeit nicht gutheißen herr krock sprach durch die nase er saß da mit gewölbten schultern die fäuste rechts und links von seinem teller aufgepflanzt wenn es so ist werde ich es selbst tragen müssen sagte studer trocken und auch er sprach schriftdeutsch haben sie den weiten weg von st gallen bisher gemacht um mir das zu sagen nein ich habe nur noch einigen briefen gefahndet die mein sekretär mitgenommen hat die hier fragte studer zog die briefumschläge die er bei dem toten gefunden hatte aus der tasche und legte sie vor sich auf den tisch dazu machte er ein einfältiges gesicht erlauben sie sagte herr joachim krock und wollte das päckli aufnehmen aber er war nicht schnell genug eine frauenhand schoss zwischen den gesichtern der männer auf den tisch hinab und packte die enveloppen sie sind leer sagte die wirtin enttäuscht leer wiederholte herr krock studer nickte er habe sie so gefunden meinte er und das anime so gut sein und ihm das päckli wieder um es fiel gerade auf die butter der wachtmeister hob es auf sein gesicht blieb ruhig nur die unterste envelop war ein wenig fettig das schadete nicht viel aber annie sagte studer warum interessierte sich die wirtin für die briefe die einer ihre kurgäste an einen unbekannten menschen geschrieben hatte haben sie martha loppacher nirgends gesehen fragte herr krock ihr zimmer war leer und frau rechtsteiner hat mir mitgeteilt dass frau loppacher immer früh aufstehen wo wohl sagte studer mit vollem mund und fügte bei die weg lesen gut ganz frisch und da komme ja auch schon der kaffee ob sicher studer schon eine ansicht über den fall gebildet habe wollte krock wissen ansicht der wachtmeister nahm einen schluck aus der tasse wischte sich umständlich den schnurrbart und meinte dann ansichten habe er nie erwarte bis er sich eingelebt habe dann ergibt sich die lösung des falles von selbst da wurde herr joachim krock eifrig wie bei einem so klaren tatbestand wolle herr studer noch von sich ein leben sprechen wo es doch auf der hand liege dass niemand anderes als der eifersüchtige velohändler den mord begangen habe es sei lächerlich durchaus lächerlich und wischte sich mit dem poschettli die stirn verzeihung meinte studer darauf er habe ganz vergessen dass er es in herrn grock mit einem kollegen zu tun habe herr grock sei doch selber eine art fahnder ein detektiv mit war und er studer sei froh mit einem mann zusammenarbeiten zu dürfen dessen kriminalistische kenntnisse den seinen sicher überlegen seien und dann schnappte der wachtmeister nach seinem bestrichenen weg lie denn die konfitüre lief ihm über die finger als er aufblickte konnte er feststellen dass in den augen seines gegenübers ein unangenehm drohender ausdruck lag aber das erschütterte ihn weiter nicht er wandte sich der wirtin zu und fragte sie wie es ihrem manne gehe und frau rechsteiner antwortete der karl habe ganz ordentlich geschlafen nach der ersten aufregung der doktor habe ihm ja auch ein mittel gebracht wenn nur der ewige nachtschweiß nicht wäre der schwäche den karl so zwar auch dagegen habe der doktor etwas verschrieben und es wirke auch aber es sei ein starkes gift studer sprach mit vollem mund auf sein gegenüber ein velohändler also meinen sie motiv eifersucht es kann ja stimmen meinte er gedankenvoll aber dann wird es ein neuer schlag sein für ihre büro list in herr krock denn das fräulein loppacher ist augenblicklich in diesen velohändler verliebt ich habe sie vor einer viertelstunde verlassen und da saß sie in der werkstatt vom graf die ganz das schluss es zischte herr krock ganz gewaltig ganz oh nein meinte herr studer friedlich ich muss zugeben dass ich im allgemeinen bemalte frauenzimmer nicht leiden mag aber das hat sicher nichts mit den qualitäten des fräulein zu tun oder nein sonst ist fräulein loppacher sehr brauchbar war ja tüchtig der herr stieger fragte studer doch wartete er die antwort nicht ab sondern stand auf und ging auf eine gruppe zu die unter der tür stand unter herrn krocks spöttischen blicken begrüßte er zuerst seine frau mit zwei lauten küssen auf beide wangen dann musste seine tochter die gleiche ungewohnte zärtlichkeit über sich ergehen lassen albert dem schwiegersohn schüttelte studer lange die hand und nicht anders erging es mutter den basen und vettern er war so ganz der biedere zärtliche familienvater dass krock sich mit einer geflüsterten bemerkung an frau rechtsteiner wandte beide lachten denn berner wachtmeister entging dies nicht er nickte ganz unmerklich seinem schwiegersohn zu deutete verstohlen auf das paar beim klavier aufpassen murmelte er albert glotzte verständnislos und studer hob die mächtigen achseln er hatte die landjäger aus dem turgau wohl überschätzt um neun uhr kam dr salvisberg der arzt der den wirt des hotels zum hirschen behandelte zuerst stieg er in den ersten stock hinauf um seinen patienten zu untersuchen dann erst verlangte er die leiche des chance stiegers zu sehen um zehn uhr erschien die behörde verhörigter dr schlepfer mit aktuar kantonspolizeichef zuberbühler mit zwei fahndern darauf durften die drei kutschen mitsamt der hochzeitsgesellschaft zwei onkel drei tanten die beiden mütter und die jung verheiratete frau gen arbon fahren im hotel zum hirschen blieben zurück wachtmeister studer und sein schwiegersohn albert das hedi wachtmeister studers frau hatte versprochen allerlei zu besorgen und nach schwarzen stein zu schicken platten kopierrahmen entwickler verstärker und vor allem sommerkleidung studer hielt es nicht mehr aus in seinem schwarzen anzug um vier uhr nachmittags vor die behörde wieder von dann kurz vorher hatte sie graf ernst weler händler geboren am dritten märz 1887 zu drogen kanton appenzell außer roden verhaftet weil er im verdacht stand stiger jean sekretär geboren 28 august 1900 wohnhaft in st gallen bahnhofstraße 15 vorsätzlich und mit vorbedacht ermordet zu haben fräulein martha lopperer bürolistin in der auskunft teil joachim krog st gallen hatte daraufhin ihr zimmer im hotel zum hirschen aufgegeben und waren die werkstatt des velohändlers graf übergesiedelt frau annie rechtsteiner ibach hatte sich bereit erklärt dem fräulein ein bett zu vermieten um sechs uhr nachmittags erschien in dem weiler schwarzenstein graf fritz bruder des verhafteten ein schiefes männlein mit einem buckel und verzerrten gesichtszügen auch graf fritz nahm wohnung im verlassenen hause seines bruders